Liebe Zuschauer, eine ganze Weile ist der DAX ziemlich rumgedümpelt und die Frage war natürlich nicht nur diesem Jahr, aber auch, gibt es noch eine Jahresendrallye oder ist das Pulver schon verschossen? Gerade in diesem Jahr haben wir ja eine ziemliche Novemberrallye gesehen. Jetzt, Mitte dieser Woche, dreht der DAX noch mal auf. Was heißt das jetzt alles aus charttechnischer Sicht? Das schauen wir uns genauer an und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich mir übers Telefon zugeschaltet Thorsten Grisse von der Commerzbank. Herr Grisse, was sagen Sie als Charttechniker jetzt im Moment zur Verfassung beim DAX, dass wir jetzt da Mitte der Woche mal ein bisschen, endlich mal ein bisschen zulegen können, also uns vielleicht aus diesem Gedümpel befreien? Also sieht das nach mehr aus? Geht es da jetzt noch weiter rauf Richtung Jahresende? Ja, also ich denke, wir haben auf jeden Fall sehr konstruktive Chartbilder, die tendenziell steigende Kurse andeuten. Wenn man das so ein bisschen sich anschaut beim DAX, der war ja vor der US-Wahl im Oktober bis auf 11.450 so runter in dem Niveau und hat dann diese nach der Relle diese schöne Aufwärtsbewegung gemacht im November. Und dann war so ein bisschen die Luft raus, als wir so im Bereich 13.300, 13.450 Punkte angekommen waren, dann hat der Markt das verdaut in der Seitwärtsbewegung. Aber so eine Seitwärtsbewegung, das heißt, wenn der Markt nicht direkt wieder zurückfällt, ist tendenziell Trendbestätigung nach oben. Und genau heute hat der Index auch diese Seitwärtsbewegung schon wieder mit neuen höheren Kursständen überboten. Und in der Chartanalyse bedeuten höhere Hochs, dass wir in der Aufwärtsbewegung sind und tendenziell danach auch weiter steigende Kurse sehen. Und mit Blick auf den DAX ist sozusagen das nächste technische Kursziel 13.795, das sind die All-Time-High. Also das heißt, aus charttechnischer Sicht, wäre da durchaus die Jahresendrallye so auf den letzten Meter noch möglich? Ja, die läuft ja schon seit November und im Dezember ist die jetzt auch wieder schön angesprungen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es wäre ein kleines bisschen schöner vom Timing her, wenn wir diesen Ausbruch am Freitag gehabt hätten. Weil wir haben jetzt noch zwei sehr große Events vor uns. Das ist heute der Zinsentscheid in den USA und am Freitag dann der Quartalsverfall. Und bei so hohen, ich sag mal, Liquiditätsevents, da neigt der Markt manchmal dazu, die Trends zu wechseln. Das heißt also, wenn man so die Wahrscheinlichkeiten nimmt von diesem Kaufsignal, das wir heute sehen, ist es nicht ganz so sauber, wenn das jetzt heute passiert, als wenn das passiert wäre, zum Beispiel nächsten Montag. Das wäre noch schöner gewesen. Aber sagen wir mal, der DAX bleibt in diesem kurzfristigen Aufwärtstrend, den er seit vier Tagen aufgemacht hat, der liegt so bei 13.400. Und auch vor dem Hintergrund, dass wir halt eben in dieser schönen Jahresendrallye sind, gehe ich von in der höheren Wahrscheinlichkeit von weiter steigenden Kursen aus, als von feilenden Kursen. Also, da könnte noch was gehen. Und ich meine, ja, vielleicht ist nicht ganz so schön, wie wenn es am Montag gewesen wäre. Aber hey, gucken wir mal, was am Montag noch passiert. Einiges passiert ist ja auch im S&P 500 in der letzten Zeit. Generell, die US-Märkte sind ja auch in der Zeit, als der DAX so seitwärts dümpelte, ziemlich gut gelaufen. Das heißt, was sagt da jetzt das Chartbild? Der S&P 500 ist im Gegensatz zum DAX natürlich schon vorher auf seine All-Time-Heiß gestiegen. Der hat eine technische Neubewertung. Ich habe hier mal den Jahresschart mitgebracht, damit man dieses sehr bewegende Jahr 2020 nochmal sieht. Also, ich mache das jetzt schon über zehn Jahre und so eine hohe Volatilität habe ich noch nie erlebt. Und ich glaube auch Leute, die vielleicht mit Ausnahme der Finanzkrise langfristig am Aktienmarkt sind, die haben so ein Jahr selten bis gar nicht erlebt. Dieser starke Kurseinbruch und dann diese Kursbeschleunigung nach oben ab März, die den Index dann sogar im September auf neue Allzeithof geführt hat. Dann gab es diese Seitwärtsphase mal vor der Wahl, wo der Markt immer ein bisschen Pause gemacht hat und nach der Wahl jetzt diese Weihnachtsrallye. Und die ist auch im S&P 500 intakt. Der Aufwärtstrend liegt bei 3.650 Punkten. Wir arbeiten uns heute in dem Future-Geschäft schon an die 3.700 Punkte vor. Sind also kurz davor, wieder neue All-Time-Heiß zu machen. Also auch hier sind intakte Aufwärtstrends. Und in der Börse ist es eigentlich ziemlich unglücklich, gegen intakte Aufwärtstrends zu arbeiten. Selbst wenn man der Meinung ist, die Kurse sollten runterkommen, sollte man dann warten, bis solche Aufwärtstrends erstmal gebrochen werden. Also auch hier aus meiner Perspektive intakte Aufwärtstrends deuten darauf hin, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in diesem Jahr noch höhere Kurse zu sehen und neue All-Time-Heiß im S&P als Kursverlust. Also charttechnischer Optimismus auch für den S&P 500. Herr Christoph, vielen herzlichen Dank fürs Interview und schon mal schöne Feiertage und einen schönen Jahreswechsel. Danke, wünsche ich Ihnen so. Liebe Zuschauer, das wünsche ich Ihnen natürlich an dieser Stelle auch schon mal. Soweit der Blick in dieser Woche auf die Charts und die Frage, was geht da jetzt quasi noch auf den letzten Metern in diesem Jahr. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf und kommen Sie gut ins neue Jahr. Tschüss.